Ich seh' nicht. Hä? Er rappelt da mitten auf der Rollbahn. Hä? Kann den nicht sehen. Er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist gestorben irgendwie. Oh Gott. Ich hab' ihn irgendwie nicht getötet, keine Ahnung. Der ist von allein verreckt. Ich weiß nicht, ob ich richtig laufe. Ja, ja, einfach das Raid durch. Stellt auf Dauerfeuer, falls hier einer drin ist. Ja. Oh. Bist du auf uns? Kommt von links, glaub ich. Ja, einfach laufen. Schaut, dass ihr lauft. Wir müssen jetzt in den Kreis reinkommen und dann können wir gucken, dass wir uns verteidigen. Ich lauf links, links, links. Wir müssen viel weiter links eigentlich. Ja. Oh fuck, das ist aber zu offen, das ist zu offen. Ist halt das geile. Ja, ja, ich lauf jetzt von links. Warte, wir kriegen gleich Schuss. Ich bin noch eine weiter gelaufen. Ah. 60 Sekundenmeldung kam schon, oder? Ja. Nein, hier viel weiter links, viel weiter links. Hier links, wer läuft das so weit? Auf der Seite, auf der Seite der Wand. Nur wir müssen aufpassen, dass links bei uns ist der Typ irgendwo gewesen, der auf uns geschossen hat. Ich weiß. Und jetzt passt auf, da oben auf diesem grünen Ding, wollen wir das grüne einnehmen. Da gibt's einmal, ähm, hier komm, wir nehmen hier diesen Militärscheiß jetzt ein. Ja, ja, go. Hier ist einmal dieses Schweinchen, was höher ist und der große Militär. Wir müssen irgendwo rein. Hier liegt eine Crate, ich fasse es nicht. Passt auf, nicht daran vorbeilaufen, da ist bestimmt eine Mine irgendwo. Hier ist einer tot. Wir müssen da jetzt rein. Ich laufe das Schwein, ich laufe das Erste hier hoch. Da liegt ja, da liegt noch einer tot. Da steht, da ist einer an der Wand, da ist einer an der Wand. Ja, ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Schieß, schieß. Hat, hast du ihn los. Okay, wir müssen irgendwo anders. Wir haben nur noch zwei Gegner. Ja, aber wir müssen jetzt, okay. Bleiben wir hier vorerst? Ähm. Ja, warte, 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 warte. Ich hab das Gefühl, dass einer im Tower ist. Und warte, ich laufe mal hier hinter die Sandsäcke. Könnt ihr hier die Halle noch abchecken? Ihr müsst hier... Checkt mal bitte einer noch die Halle ab. Wo die Tür hier? Wo an der Leiche da? Links davon? Ja, ja, einmal diesen grünen, dieses grüne Ding und hier die... Einer, einer ist im... Einer ist oben im Tower, in diesem Dings Tower drin. Direkt auf... Oh, der schaut in unsere Richtung. Pass auf. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Und einer, auf jeden Fall noch links von uns. Passt auf. Das war der hier, glaube ich. Alter, wenn wir jetzt die entführt hätten. Das bringt ja auch nix. Wir könnten wenigstens ein bisschen Kauters sein. Ey, wir sind zu nah beieinander. Wir müssen uns ein bisschen aufteilen. Ja, mein... Fuck! Wie lang bleibt's? Soll ich mal den Tower ein bisschen anschießen? Der ist nicht... Ne, 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 ne. Der soll nicht wissen, dass wir... Nein, schieß nicht, schieß nicht. Der hat uns doch schon gesehen. Ja, ey, natürlich, aber... Er weiß nicht, dass wir ihn gesehen haben. Er geht davon aus, wir sind so weit weg, wir sehen ihn da oben nicht. Aber ich hab den nicht zu voll da... Ich hab da extra reingeschaut, bevor ich da rüber gelaufen bin. Pass lieber auf, dass jetzt keiner von hinten kommt. Der es irgendwie hier reingeschafft hat, oder so. Kann man den da looten, der da liegt? Ne, 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 ne. Erst wenn der Kreis weg ist. Dann müssen wir gucken, wie wir laufen. Ne, obwohl der hätte erst aushalten. Einer deckt mal bitte nach hinten weg. Ja, ja. Ich schau schon ein bisschen, aber... Das Problem ist, es gibt zwei Öffnungen. Wenn der nicht in unsere Richtung guckt, ich könnte mal schießen. Ja, du siehst ihn grad gar nicht. Oder? Ah doch, ich sehe ihn auch so ein bisschen, glaube ich. Oder? Ja, in dem Tower oben, wo die letzten schon drin waren. Ja, schklab, schklab. Ja, eher links. Du siehst da so ein Control Panel, glaube ich, und links davon siehst du den da ein bisschen rumhampeln. Ach da. Alter, geht decken. Alter. Du hast den gehittert, ja. Wenn der einen Sniper-Drop hat, gell? Hat der ja. Ich weiß nicht, das war ein DM-Air-Drop, der hier lag. Wir müssen halt gucken, entweder ist das ein Team, oder... Ich gehe aber davon aus, dass hier noch irgendwo einer ist. Warte mal, Handy-Clant-Hacks. Ja. Oh, oh. Hey, wir haben nur noch einen als Gegner. Das ist nur noch der. Schau mal, die Liste. Oh, lol. Das ist nur noch der. Ich rush den. Warte, 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 bis der Kreisweg ist, warte, bis der Kreisweg ist. Ja, oder muss er? Was machst du denn? Ja, der Typ hat ein Scharfschützengewehr. Echt? Guck grad, ob der hier mich sehen kann. Oh, und der hat ein, äh, ein großes Sniper-Scope drauf. So, warte, ich hole mir jetzt noch hier den... Hey, warte, ich hole mir jetzt noch hier den... Ach, der Typ da hinten, lol. Der hier liegt. Ja, ja. Nimm mal die Splittergranate. Alter, der war grad, der war grad davor, kurz davor in Schusspositionen zu gehen, bevor ich den weggeholt habe. Ich hab jetzt mal Handgranaten noch mitgenommen, zwei Stück. Äh, lass uns jetzt erstmal in den Kreis rein. Ja, aufs R-Field drauf, oder? Außen. Ne, ne, hintenrum, hintenrum. Ach, der Typ. Ja, lauf dir mal, lauf dir mal, ich schau mal. Der Typ ist noch oben drin, er ist noch oben drin. Bleibt an Wänden dran. Du kannst ihn holen, du könntest ihn jetzt holen, wenn du willst. Du könntest ihn treffen. Ne, 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 ne. Ich will erst in den Kreis rein. Ich will erst in den Kreis rein. Wir müssen jetzt Gas geben, in den Kreis. Alter, du könntest... Ja, von hier könntest du nicht... Der Typ muss auch aus dem Kreis raus, kann das sein? Äh, aus seinem Tower raus, der muss aus seinem Tower raus. Natürlich, ein Locker, der muss übel weit raus. Echt? Ja, natürlich muss der. Jetzt hab ich den Sniper... Der hat nämlich den Sniper Scope auf der Knarre drauf gehabt. Der wär tot gewesen. Ich hätt den weg gemacht. Oh, wir müssen auch in den... Wir müssen hier irgendwo in die Mitte rein. Ja, ach ne, Sherlock. Deswegen sagst du hier aufs R-Field. Alter, jetzt... Jetzt ist gleich Aim gefragt. Gleich ist richtig Aim gefragt. Ja, ich lad mal das 100er Magazin nach. Nach, das ist egal. Jetzt brauchen wir nichts Getracertes mehr, oder sowas. Ja, der muss auch raus. Er muss... Aber er hat nur freies Feld vor sich. Komm, wir gehen mal hier an dieses Hangar ran. Ich weiß nicht, ob's noch drin ist. Ich glaube nicht. Nee. An diesen Luftdingen. Nee, der ist... Der ist nicht mehr drin. Alter. Was aber drin ist, ist dieser weiße Turm da. Okay, warte. Wir sind jetzt ganz am Rand der Zone. Warte noch, bis wir wirklich keine Zeit mehr haben. Ich booste jetzt mal auf. Ich booste jetzt mal auf. Weil der muss auch reinlaufen. Ey, guck einer rechts hier. Julie, guck du rechts von dem Hangar. Guck du rechts von dem Hangar. Ich geh in den Hangar rein. Er ist hier. Er ist hier. Kannst du ihn hier snipen. Er kommt hier gelaufen. Ich hab keinen Sniper. Schieß auf den. Schieß auf den. So. Ich seh ihn nicht. Oh, ich wusste. Ach, ich seh ihn. Firesquad. Gebrochen. Nice. Und was machen wir jetzt? Warte mal. Nicht schießen, nicht schießen. Jetzt erstmal in den Kreis rennen. Erstmal in den Kreis rennen. Oh. Booyah. Ich glaub das erste was wir jetzt zu... Warte, ich nehm Schalldämpfer ab. Nehm Schalldämpfer ab. Das ist, das wirkt besser. Warte, ich hab noch ein paar Katika wegs. Ey, da war Katika. Lol. Boah, lol. Boah, nee. Ah, ich hab nichts gemacht. Na. Nee. Ja, nein. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Ich brenge mich auch in die Luft. Oh, Mann, ey. Ich hab ihn aufgeholt. Ah, ich hatte vier Handkanaten aufgehoben. Ja, ey, schade. Den hätten wir auf jeden Fall da oben noch weggemacht, weil diese Schwaffe, die der hatte, der hatte ein Magazin und der hatte das LRPS da draufgegeben. Ja, was heißt schade, wir haben den weggemacht, wir haben gewonnen. Das ist ein Problem. Alter, geil. Das ist, glaub ich, das erste Mal. Ja, dass wir zu dritt alle überlebt haben und... Fett, alter. Fett. Aber warte mal, lass mal kurz... Wer, wer hatte jetzt die Sniper? Der Typ, den wir gerackt haben oder der im Turm war? Ja, der im Turm war. Der hatte doch einen Ghillieanzug angehabt. Ja, ja. Das gibt's nur an der Crate. Ach. Ja, okay. Ich dachte... Ich hatte... Nein, nein. Der hatte ein richtiges Fahrschutzgewehr und wäre der gut gewesen, hätte der einen von uns mindestens schon wegmachen können auf dem Weg zu über die Power. Ja, eigentlich schon. Ich mag die Aussage, wäre er gut gewesen. Ja, was denn? War doch jetzt grammatikalisch komplett, äh... Richtig. Korrekt. Aha. Wäre er gut gewesen. Yhm das war wie euer. atories 어디 gingerson? favorite Mädels ausleuten, immer, Vielen Dank.